Du bist keine austauschbare Ressource. Jeder von uns muss in den Glauben reinkommen, selbst wirksam zu sein, dass wir Digitalisierung als Chance nutzen können. Ich hatte das große Glück, in der Familie aufzuwachsen, in der ich mit der Muttermilch aufgenommen habe, dass Arbeit sinnhaft sein kann, dass eine Organisation mehr sein kann als eine Profitmaschine und Menschen sich als mehr fühlen als eine austauschbare Ressource in einem Verarbeitungsprozess. Es ist etwas, was wichtig ist für die Digitalisierung, weil die Menschen verstehen müssen, dass in diese Selbstwirksamkeit, in dieses Erwachsensein reinkommen müssen und ihre Handlungsfreiheit, ihre Selbstwirksamkeit wirklich in vollem Maße ausspielen. Wir sehen das in jüngster Vergangenheit bei Google zum Beispiel, als die Mitarbeitenden gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass eine zensierte Suchmaschine nach China geht und es will nicht der Sinnhaftigkeit von dem folgen, was Google eigentlich als Mission hat, nämlich die Welt der Informationen zu demokratisieren. Wir haben da gesehen, dass mündige Mitarbeiter, die gelernt haben, ihre Selbstwirksamkeit wirklich in die Firma reinzubringen, durchaus eine positive Firma und eine Organisation als positiv treibende Kraft in der Gesellschaft verstehen können und dahin auch ihr Potenzial aktivieren können. Das ist die große Chance in der Digitalisierung, diese Bewegung, diesen Lerneffekt, Altes zu verlernen und Neues gemeinsam zu lernen, in einem wesentlich größeren Rahmen zu tun, als ich das Privileg hatte in meiner Familie, wo das in einem kleinen Kreis war. Aber das braucht ein Engagement von jedem Einzelnen von uns, das System Arbeit neu zu denken, in unserem tagtäglichen Handeln.